Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Teelichtofen bzw. eine Teelichtheizung selbst bauen kann, um daheim einfach eine kleine, angenehme Wärmequelle zu schaffen. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst brauchen wir mal einige Materialien, die es normalerweise in jedem Baumarkt zu kaufen gibt. Hierfür habe ich dir mal eine Einkaufsliste erstellt und die kannst du dir gerne einfach einmal abfotografieren und damit in den nächsten Baumarkt marschieren. Hierfür brauchen wir mal so eine Gewindestange hier, M10 mal 1 Meter, gibt es leider normalerweise nicht kürzer zu kaufen. Doch 25 cm würden auch ausreichen, wenn du die irgendwo daheim noch rumliegen hast. Danach 5 solche normalen Mutter M10, also die müssen auf dieses Gewinde hier draufpassen. Am besten noch eine Hutmutter auch kaufen, auch mit dem Gewinde M10. Als nächstes 6 Karosseriescheiben bzw. Unterlegscheiben. Diese sollen innen drin einen Innendurchmesser von 10,5 mm haben und hier außen einen Durchmesser von 30 mm. Und dann müssen wir auch noch unsere Töpfe kaufen. Hier brauchen wir zuerst einmal so einen Tonuntersetzer. Bei mir hat derzeit von außen einen Durchmesser von 16 cm und dieses Loch ist normalerweise nicht mit dabei. Zum Schluss bauen wir noch zwei solche Tontöpfe, die verschiedene Größen haben. Bei mir ist der kleine jetzt 13 cm hier im Durchmesser und der größere 16 cm. Die Größe kann natürlich auch einfach je nach Geschmack variieren, genauso wie beim Tonuntersetzer. Wichtig ist nur, dass es wirklich zwei verschiedene Größen sind. Zum Zusammenbauen benötigen wir anschließend auch noch etwas Werkzeug. Zum einen mal hier eine Metallsäge, eine Bohrmaschine mit einem 10er Stein bzw. Betonbohrer und auch noch eine kleinere Version davon. Ich habe jetzt einen 5 mm Bohrer, um danach einfach vorbohren zu können. Und zum Schluss auch noch einen Maulschlüssel mit 17 mm, also noch einen 17er Gabelschlüssel. Nun müssen wir zuerst einmal unseren Gewindestab hier auf die richtige Länge zusägen. Bei mir sind das jetzt genau 20 cm, das reicht bei meiner Topfgröße auf jeden Fall gut aus. Wenn du etwas größere Töpfe verwendest, dann würde ich einfach mal noch ein paar Zentimeter länger lassen. Wenn das geschehen ist, müssen wir einmal ein Loch in unseren Tonuntersetzer bohren. Hierfür ungefähr die Mitte anzeichnen, also da gehe ich einfach nach der Optik und dann einmal mit dem kleineren Steinbohrer vorbohren und danach meinen 10er Bohrer zur Hand nehmen und das Loch hier nachträglich reinbauen. Bei mir ist das Ganze jetzt schon geschehen. Wenn ein Gewindestab jetzt auch ungefähr 20 cm lang ist, dann einmal noch einen Meterstab zur Hand nehmen und das Gewinde hier bei 14,5 cm ungefähr markieren, denn dadurch geht das Zusammenbauen jetzt um einiges leichter. Jetzt aber genug zur Theorie, ich nehme einmal hier meinen Gewindestab, das Ganze hier ist unten, da ich ja 14,5 cm nach oben gemessen habe, nehme meine erste Mutter und diese gebe ich jetzt einfach mal mit Gefühl hier drauf, schaue, dass es anpackt, wie es bei mir jetzt der Fall ist und drehe es einfach mal so weiter rein, dass der Gewindestab hier unten kaum noch rausschaut, also sogar etwas versteckt ist und als nächstes noch hier oben meine Beilagscheibe draufgeben. Als zweiten Schritt muss ich jetzt meinen Tonuntersetzer mal zur Hand nehmen, diesen richtig rum auf meine Gewindestange hier vorne aufsetzen, danach die zweite Beilagscheibe zur Hand nehmen, auch diese von oben draufgeben und mit der zweiten Mutter hier oben das Ganze einmal kontern, hierfür wieder schauen, dass es schön aufsetzt und dann schrauben. Wenn wir unten angekommen sind, wie bei mir hier jetzt, dann erst einmal Hand festziehen und nun noch den Gabelschlüssel hier zur Hand nehmen und wirklich einmal mit Gefühl nur etwas hier unten noch fester ziehen, dass sich die Mutter einfach nicht von alleine wieder löst. Als nächstes nämlich wieder so eine Mutter zur Hand, drehe diese hier oben jetzt einmal drauf und zwar genau so weit, wie wir vorhin diese schwarze Markierung auch gemacht haben, bei diesen 14,5 cm. Ich schaue also, meine Markierung ist hier unten und ich bin auch schon angekommen. Danach wieder eine Unterlegscheibe nehmen und diese hier oben drauf stülpen. Nun nehme ich einmal meinen kleinen Blumentopf hier zur Hand, gebe diesen auch wieder richtig rum hier oben drauf, dass es auch schön durchs Loch durchpasst. Dann meine Beilagscheibe hier wieder und meine nächste Mutter auch schon zur Hand nehmen, schauen, dass das Gewinde wieder schön anpackt. Das ist am Anfang immer etwas fummelig, danach wieder per Hand alles schön hier aufdrehen, dass es auch schon handfest ist. Jetzt kann ich noch etwas hier das Ganze verschieben, da das Loch ja etwas zu groß ist und ich nehme wieder meinen Maulschlüssel hier und ziehe wieder etwas fester an, dass ich die Mutter nicht lösen kann. Wenn wir das haben, kommt die nächste Mutter zum Einsatz, auch diese natürlich von hier oben wieder drauf schrauben. Bei mir hat sie schon angepackt und jetzt hat es wichtig, dass wir sie nicht ganz unten auf die Mutter drauf schrauben, sondern lieber hier etwas Abstand dazwischen lassen. Hat einfach den Sinn, dass wenn der große Topf jetzt gleich darauf kommt, dass dazwischen einfach eine Luftschicht ist zwischen dem kleinen und dem großen Topf. Die Mutter ist also mit etwas Abstand hier oben drauf. Ich nehme meine Beilagscheibe wieder, nehme meinen großen Topf jetzt zur Hand, diesen gebe ich auch wieder hier von oben schön drüber. Bei mir sollte das auch passen. Schau gleich, dass er ungefähr mittig sitzt. Jetzt noch meine letzte Beilagscheibe zur Hand nehmen und ich kann auch schon diese spezielle Hutmutter hier von oben aufdrehen. Man kann es natürlich auch mit einer normalen Mutter machen, doch ich finde so eine Hutmutter schaut zum ersten schöner aus und vor allem man kann sich danach hier oben auch nicht verletzen. Jetzt wieder unseren Gabelschlüssel zur Hand nehmen und hier noch etwas mit Gefühl nachziehen. Wenn ich meinen Teelichtofen jetzt einmal drehe, kann man hier wirklich auch schön den Abstand zwischen den zwei Töpfen sehen, so wie es sein muss. Wenn es bei dir daheim jetzt nicht der Fall ist, dann den kleinen Topf einfach noch etwas weiter runter zu unseren Tonuntersetzer setzen und du hast auch diesen Abstand. Zum Schluss jetzt am besten noch drei Teelichter nehmen, diese schön verteilt hier unten auf den Untersetzer drauf geben, anzünden und schon haben wir eine wirklich sehr schöne Wärmequelle geschaffen, welche einfach auch eine angenehme Wärmestrahlung hier überall gleichmäßig abgibt, was natürlich am Abend, wenn man mit Freunden zusammensitzt, wirklich toll ist und natürlich auch noch super Licht spendet. Noch als Hinweis, diese Teelichter hier sind als Handwärmer super geeignet, doch für einen Heizungsersatz bei dir daheim in der Wohnung im tiefsten Winter sind sie einfach zu schwach, das ist einfach so. Außerdem solltest du bitte unbedingt darauf achten, dass du diese Kerzen hier nicht unbeaufsichtigt lässt, da es sich hier aber um offenes Feuer handelt und das natürlich schnell gefährlich werden kann. Falls du dir für zu Hause jetzt mehrere solche Teelichter auf einmal kaufen möchtest, um einfach Geld zu sparen oder dir gleich so einen fertigen Teelichtofen für zu Hause zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellern zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Geschäftspiel verfahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.